Warum Zeit eine Illusion ist In der geistigen Welt, ebenso für unsere Seele, gibt es so etwas wie Zeit nicht. Zeit ist eine Illusion, sie dient dazu, uns bestimmte Entwicklungen zu ermöglichen. Das Leben findet immer und ausschließlich jetzt statt, im gegenwärtigen Augenblick. Zukunft und Vergangenheit sind Illusionen. Es sind lediglich Gedanken. Du kannst Dir Zeit als waagerechte Dimension und die Ewigkeit als senkrechte Dimension vorstellen. Dies ist übrigens die tiefere Symbolik des Kreuzes. Die Gegenwart, der jetzige Moment, gehört nicht zur Zeit, sondern ist ewig, weil er nie vergeht. Zeit hat lediglich für die Illusion der Vergangenheit und für die Zukunft eine Bedeutung. Das Verbiegen der Zeit Zeit ist ein Taschenspielertrick. Sie lässt sich dehnen, verzerren, biegen und umdrehen. Wir ahnen dies bereits durch unsere Beschäftigung mit schwarzen Löchern, Wurmlöchern oder den Erkenntnissen der Relativitätstheorie. Wir können auf eine elliptische Zeitkurve aufspringen und viele Wirklichkeiten erleben, indem wir uns auf dieser Kurve fortbewegen. Und wir alle tun dies auch. Nämlich im Schlaf, wenn sich unser Bewusstsein für einige Stunden von unserem Körper trennt. Wären wir uns nach dem Aufwachen bewusst, was im Schlaf tatsächlich geschieht, würden wir entdecken, dass Zeit nichts Festes ist und daher auch unsere sogenannte Realität nicht fest ist. Das Empfinden von Zeit Jeder Mensch hat ein eigenes, individuelles Zeitempfinden. Die Zeit vergeht scheinbar langsam, wenn in einer Seele noch viele grobstoffliche Anteile vorhanden sind. Die empfundene Zeit läuft schneller, umso mehr feinstoffliche Anteile in einer Seele vorhanden sind. Dieses Zeitempfinden wird zusätzlich noch von der jeweiligen Schwingung beeinflusst. Ein Beispiel Bist Du gerade in Kontakt mit Trauer, einer Verletzung oder niederen Gefühlen wie Wut, Ärger oder Frust, wird die Zeit für Dich scheinbar langsam vergehen. Bist Du dagegen gerade in Kontakt mit Liebe, Dankbarkeit oder Erleuchtung, wird die Zeit für Dich gefühlt schneller verlaufen. Du beeinflusst die gefühlte Zeit entsprechend Deiner jeweiligen Gefühlslage und Verfassung, Deiner momentanen Schwingung. Erinnerst Du Dich an solche Erfahrungen in Deinem Leben? Schon daran kannst Du erkennen, dass Zeit nichts Festes, sondern relativ ist und beeinflusst werden kann. Und zwar von Dir selbst. Die Ebene der Atome Physikalisch betrachtet hat Dein Zeitempfinden etwas mit der Geschwindigkeit der Atome zu tun, die sich in Deinem Körper drehen. Niedere Gefühle und Schwingungen bewirken, dass sich Deine Atome langsamer drehen und die Zeit für Dich auch scheinbar langsamer läuft. Höhere Gefühle und Schwingungen bewirken eine schnellere Drehung Deiner Atome. Zeit vergeht dann subjektiv schneller für Dich. Das Jetzt Denkst Du an die Vergangenheit oder an eine mögliche Zukunft, bist Du in Gedanken und nicht im Hier und Jetzt. Dein Leben findet jedoch ausschließlich im Hier und Jetzt statt. So gesehen könnte man sagen, solange Du an die Vergangenheit oder an die Zukunft denkst, lebst Du nicht. Du fantasierst nur. Das Jetzt, der jeweilige Augenblick, ist der einzige Zugang zum Sein, zum wahren Leben. Das Jetzt ist immer der wichtigste Moment in Deinem Leben. Deshalb, weil es der einzig reale Moment in Deinem Leben ist, das einzige, was wirklich existiert. Wenn Du meinst, der wichtigste Moment Deines Lebens lege in der Vergangenheit, ehrst Du Dich. Wenn Du meinst, das Beste kommt erst noch, und Du müsstest nur lange genug warten, bis dieser großartige Moment endlich da ist, wirst Du ganz sicher enttäuscht werden, denn er wird nie kommen. Denn das, was Du für Deine Vergangenheit hältst und ebenso Deine Vorstellungen einer möglichen Zukunft existieren nur in Deinem Kopf. Sie sind nicht real. Dein Leben, Deine Realität findet immer und ausschließlich im Jetzt statt. In diesem Augenblick. Hier liegt Dein wahrer Schatz. Hier warten Frieden und Ruhe auf Dich, bis Du es endlich entdeckst. Riskante Spiele Einige von uns lieben gefährliche Aktivitäten wie Bergsteigen, Motorrad- oder Autorennen, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und so weiter. Oft ohne zu wissen, warum sie dies so attraktiv finden. Der Grund ist, dass diese Aktivitäten uns ins Jetzt zwingen. In einen Zustand voller Lebendigkeit, frei von Zeit, frei von Problemen, frei von der Last einer eigenen Persönlichkeit. Wenn man bei solchen Aktivitäten auch nur für eine Sekunde aus dem Jetzt herausfällt, könnte dies im Extremfall den eigenen Tod bedeuten. Die Liebe zu dir selbst und die Liebe für den jeweiligen Moment. Öffnet dir die Tür zur Unendlichkeit, zur Ewigkeit Deines Daseins. Rumi sagt, Vergangenheit und Zukunft verbergen Gott vor uns. Meister Eckart sagt, Zeit ist das, was das Licht von uns fernhält. Es gibt kein größeres Hindernis auf dem Weg zu Gott als die Zeit. Gefunden auf spiritwissen.de Geschrieben von Sven Oliver Wirth Hier auf YouTube vorgelesen von Mareike Spandolf